Freiheit. Was ist Freiheit? Beginnt sie wirklich im Kopf? Was bedeutet frei sein? Für jeden sicher etwas anderes. Aber egal wie man es dreht, sie bleibt ein Geschenk. Denn sich der Herausforderung zu stellen, sich auch mal fallen zu lassen, Mut zu haben, etwas Neues zu wagen, ohne zu wissen, was passiert, dafür sind wir selbst verantwortlich. Denn was nützt Freiheit, wenn man sie nicht nutzt?